Liebe Zuschauer, es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge DJZ News. Herzlich Willkommen. Die Polizei wurde vergangenen Mittwoch zu einer Tierrettung ins Stadtgebiet von Krems an der Donau in Österreich gerufen. Dort hatte sich ein Reh in eine Wohnung verirrt und die Anwohner baten um Hilfe. Kein Problem. Vor Ort schnappte sich ein Beamter, der Jäger ist, das Reh an den Läufen, legte es sich um Nacken und Schulter. Dann ging es huckepack in Richtung Freiheit. In der kommenden Woche beginnt in ganz Deutschland die Bockjagd. Ein besonderer Tag für uns Jäger, auf den auch wir uns freuen. Um die Wartezeit etwas zu erleichtern, haben wir uns ein Gewinnspiel überlegt. Auf www.doz.de findet ihr den Bockjagd-Countdown. Dort gibt es jeden Tag bis zum 1. Mai tolle Preise zu gewinnen. Einfach reinklicken und mitmachen. Viel Glück. Einem Anwohner aus Hünxe im Kreis Wesel in NRW gelang es in der vergangenen Woche, zwei Grauhunde zu filmen, während sie einen Rothirsch attackierten. Der Rothirsch setzte sich erfolgreich zur Wehr und konnte leicht verletzt schließlich flüchten. Laut Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz ist die Identität beider Wölfin nicht bekannt. Es wird aber vermutet, dass es sich bei dem einen Grauhund um die territoriale Wölfin Gloria mit der Kennung GW 954F handelt. Der Landkreis Traunstein in Bayern hat sich zu einer Zahlung von einer Aufwandsentschädigung von bis zu 100 Euro entschlossen, um Jäger bei der Reduzierung der Wildschweindichte zu unterstützen. Normalerweise gibt es eine Abschussprämie in Höhe von 20 Euro für erlegte Frischlinge sowie weibliches Schwarzwild, das nicht zur Aufzucht von Jungtieren notwendig ist. Diesen Beitrag bezahlt das Land seit 2017. Vor dem Hintergrund der ASP hat sich der Landkreis nun entschieden, den Betrag anzuheben. Im Wald bei Gummersbach-Strombach in NRW ist Anfang der Woche ein großflächiger Waldbrand ausgebrochen, der sich durch den Wind sehr schnell ausgebreitet hat. Laut PR Online konnten die Anwohner noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden und der Brand mittlerweile eingedämmt werden. Auch in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz musste die Feuerwehr bereits zur Löschung von Waldbränden ausrücken. Der Deutsche Wetterdienst hat inzwischen für weite Teile Deutschlands die höchste Waldbrandwarnstufe ausgesprochen. Das waren wieder die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Weidmannsheil!